so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme hier beziehungsweise wir werden jetzt weitermachen ich werde jetzt weitermachen die gänge deswegen wird jetzt ab hier ein timelapse geben dann noch mal viel spaß mit dem timelapse video je nachdem ich weiß nicht wie lange es dauert bis dahin tschau mit v so Musik 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 Kosh Musik 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 So und damit sind wir auch fertig Ich hoffe der Timelapse hat Ja gefallen Also ich werde das alles extra Folge nochmal hochladen Zwischen den Folgen werde ich es nochmal hochladen Wir haben ja doch einiges gemacht jetzt Deswegen ich werde das alles extra Folge hochladen Damit man das dann auch sieht Dann brauche ich das nicht nochmal extra zeigen Und ich denke mal dass das dann Am nächsten Tag dann auch fertig ist Bis dahin ich bin raus Grüßt mich in Zukunft schon Ich bin jetzt erstmal raus der Vergangenheit schon Der Zukunft schon wird sich wahrscheinlich bedanken Damit das jetzt schonmal fertig ist Und dann würde ich sagen Ciao mit V Ich bin raus euer Klaus Bis dahin Ciao 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 Ciao